Der erste Tag im Neuen Zuhause, gell? Seidst ja kein Schlangenfutter, ihr vier, hm? Joa. Muss mal noch gucken, wer von euch wer ist, gell? Das Essen hat er sich auch schon geholt, da hinten. Die anderen zwei sind hinterm. Die sind da hinten drin, weil ich die anderen zwei, da wo er gerade herkommt.